Hallo und herzlich willkommen hier im Dachboden im 25Aus Hotel. Neben mir steht die Manuela. Sie wird jetzt gleich auf DJ Antoine treffen. Sie ist unsere Video-Greed-Gewinnerin. Wer kennt ihn nicht mit Millionen von verkauften Platten? Ist klar. Was ist dein größter Hit? Margerie. Dann würde ich vorschlagen, wir schauen jetzt mal rein zum DJ Antoine und werden einmal Grüezi sagen. Grüezi. Du bist seit 20 Jahren im Geschäft. Wie macht man das, dass man im Geschäft bleibt? Gute Frage. Es ist sicher mal das Durchhaltevermögen, der Wille, die Disziplin, das Gefragteste nach so einer langen Zeit immer noch dabei zu sein. Man muss sich dessen bewusst sein, dass man, wenn man davon leben will und Erfolg haben will, dass man sich wirklich kompromisslos opfert. Man muss wirklich kompromisslos darauf hingehen und muss sagen, ich arbeite hart, ich lasse mich auch ein bisschen führen, höre aber auch mein eigenes Herz. Viele Leute stellen sich vor, ihr seid immer partymäßig unterwegs, ihr feiert eine Dauerparty. Ist dem so? Ja, also ich habe jetzt auch ganz neu immer zehn Frauen, die machen mir gleich, wenn ich aufwache, die Bettdecke vom Bett. Dann dusche ich in meinem Champagner und steige direkt mit der Rutschbahn in meinen Rolls Royce und fahre dann ins Studio und dort werde ich massiert beim Produzieren. Nein, es ist natürlich nicht so. Es ist harte Arbeit. Ich bin heute Morgen auch, wie schon die ganze Woche, jeden Morgen in die Morgenshow gegangen, also das heisst Viertel vor sechs aufstehen, Morgenshow, Interviews bis am Abend spät. Du promotest dein Album und vorher bist du permanent erfreist und hast 150 Shows oder 200 Shows im Jahr auf der ganzen Welt. Musst dann noch produzieren, musst Interviews gehen, musst mit Sponsoren dich treffen und halt deine ganze Firma, dein Team leiten. Und dann ist es manchmal schon, geht es an die Substanz, aber trotzdem, ich bin immer ein positiver Mensch und bin einfach immer optimistisch und im Leben soll es immer weitergehen und mir macht es Spaß, aber es ist Hard Work. Manuela, du hast jetzt DJ Antoine persönlich getroffen, die Hand geschüttelt, ihm auch Mannerschnitten gegeben, habe ich gehört. Wie war es? War sehr aufregend, wenn man jemanden trifft, den man nur vom Fernsehen kennt, von Deutschland sucht den Superstar und die Musikvideos. Und ein sehr netter Mann. Ist er in der Tour so, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, sehr nett. Das heisst, du wirst weiterhin DJ Antoine Musik hören? Natürlich, jetzt hast du recht. Hey, danke vielmals. Dankeschön. Schönen Tag. Ebenfalls. Tschüss, Baba. Tschüss. Dankeschön. Deine Schlüsselerin habe ich vergessen. Ja, sie ist Autogramme. Dankeschön. Danke. Ciao. Tschüss.